. . . . . Laura, schau, da steht der Pizpadile. Ja, leck, das ist ein Berg, schon brutal beeindruckend. Sieht man jetzt auch gut, die Bulllinie, die Nordostwand im Schatten. Ja, da die Kasschen, das ist schon echt eine brutale Wand, wenn du da so raufschaukst. Aber die heben uns noch auf, machen jetzt mal die Kanten, ist eindrucksvoll genug und reicht von der Schwierigkeit für mich. Auf alle Fälle, ich glaube, das wäre eine super schöne Tour und ich kann es gar nicht erwarten, dass es endlich losgeht.